Eine große Verantwortung liegt nur noch auf ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen. Es wurden viele Fehler gemacht, sind sie unerbittlich. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße. Himmler heißt die Lübeck. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützt? Wink! Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich hätte gut daran getan. Ich habe mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haus. Ich habe mich gespürt. Ich habe mich gespürt. Ich habe mich gespürt. Ich habe mich gespürt. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich gerede doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Hör. Sie wissen, dass Talino da hatte laufer aner... Hör, frisch das, du Hurensohn! Ich werde dich fertig machen! Der englische Rundfunk berichtet das. Wieso? Haben Sie noch zwei Fälle in Ihrem Befehl? Ich glaube! Hör! 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 Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr! Hör! Bitte! Lassen Sie mich mit Ritter von Grein und Fräulein Retschern! Boja la praja, wir zu Viola Maria! Hör! 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 Was soll das heißen? Sie können Fägel an! Hör! Mein Führer. Dann ist die 9. Armee verloren! Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe! Dann soll die Armee eben Kehrtmachen! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes. Nein, es tut es, es wird doch mal verkürzt. Nein, nein, es tut es, es wird doch mal verkürzt. Nein, nein, nein!